Zeitwörter der Gegenwart Die zweite arabische Zeitwortstufe ist das Imperfekt. Sie wird gebraucht, um gegenwärtige und zukünftige Vorgänge und Handlungen zu beschreiben. Wie die Vergangenheitsstufe verändert sich das Zeitwort im Imperfekt abhängig vom Subjekt Ich, Du, Er und so weiter. Diese Veränderungen zeigen sich in der Zeitstufe des Imperfekts an den Präfixen und manchmal verändern sich zusätzlich auch die Endungen. Vielen Dank.